Hallo Freunde der Spiegel-Tour und willkommen zurück bei Pathfinder Kingmaker. So, wir gehen jetzt erstmal in den Thronsaal zurück und ich denke, ich werde jetzt sofort belagert von 8000 Leuten, weil ich 14 Tage mal weg war. Wie kann man so eine Mission machen, wo man 14 Tage nicht anwesend ist? In der Zeit fickt uns doch alles weg in der Baronie. Und das alles nur dafür, dass ich irgendwo im Norden so ein bisschen Kram übernommen habe. Und wer kommt jetzt da? Der Mann, der vor dir steht, stinkt förmlich nach Eitelkeit. Seine schwarzen Haare sind gelockt, frisiert und großzügig gewachst. Und nicht nur sein Haupthaar, sondern auch sein spitzer Schnurrbart. Seine Wangen und seine Stirn sind weiß gepudert und was ihn leichenblass aussehen lässt. Seine Hand ruht locker auf dem goldenen Knopf seines Dings. Als er sich nähert, macht er ein feines, ein fieses, verschlagenes Gesicht auf seinem Gesicht. Moment, als er sich nähert, macht sich ein fieses, verschlagenes Grinsen auf seinem Gesicht breit. Ganz offenbar im Voraus einstudiert und geübt. Ach, der Herrscher über dieser Baronie. Eure Aufmerksamkeit schmeichelt mir, Sir Stefan Mosconi von Pittax, zu euren Diensten. Der Mann verneigt sich. Was führt ein Adeligen aus Pittax in meine Baronie? Ich war nur auf der Heimreise ins glorreiche Pittax nach einem Besuch in Restorf. Alles im Diensten von König Castruzio Irovetti. Ich dachte, ich könnte einen Tag darauf verwenden, die Hauptstadt des kühnen neuen Nachbarn von Pittax zu begrüßen. Sir Stefano schnaubfe echte und grinst dann. Ich muss sagen, ich hätte mir die Mühe sparen können. Es lohnt sich nicht wirklich. Ein Fünfjähriger würde merken, dass ihr bewusst versucht, mich zu beleidigen, Sir Stefano. Vielleicht könntet ihr euch einfach geradeaus... Vielleicht könntet ihr einfach geradeaus sagen, weshalb ihr gekommen seid. Wisst ihr, ursprünglich war es hier meines Besuchs, mir ein Bild von eurer sogenannten Baronie zu machen, um zu sehen, ob ihr Pittax irgendwas von Wert zu bieten habt. Und wisst ihr was? Ich habe etwas entdeckt. Nichts. Ihr habt rein gar nichts zu bieten. Militärschwach, kulturschwach, wirtschaftsschwach. Ihr solltet zu allen Göttern beten, dass mein König Irovetti euch nicht den Krieg erklärt. Andererseits solltet ihr vielleicht gerade beten, dass er euch erobert. Dieser Sauhaufen von Baronie könnte die Herrschaft eines richtigen Königs brauchen. Vielleicht liegt in euren Worten etwas Wahres, doch meine Baronie ist noch sehr jung. Hier wird schon bald alles anders sein. Wenn sich hier jemals etwas ändert, dann die Anzahl der Dungfliegen. Und die wir zunehmen. Ach, nun, ich werde dieses Gemetzte nun beenden. Es hat keinen Sinn, gegen jemanden zu kämpfen, der völlig wehrlos ist. Alles Gute euch. Was ein Arsch. Komm, ist noch einer? Libeda grinst. Ach, es ist eine amüsante Situation, euer Gnade. Ein ehemaliger Scherge des Hirschkönigs. Ein einfacher Bandit hat uns besucht. Offenbar glauben er und all die anderen Banditen in der Gegend nun, dass ihr jetzt der neue Fürst der Raublande seid. Also haben sie ihn geschickt, ihren Respekt zu zäunen. Er bringt sogar Geschenke. Er möchte seine Beute teilen, wenn ihr ihm im Gegenzug gestattet, in euren Territorien ungehundert seinen Geschäften nachzugehen. Es ist keine schlechte Lösung. Die Banditen werden sicher großzügig für das Recht bezahlen, private Steuereintreiber zu sein. Natürlich könnte das Ausland im einigen... Das im Ausland... Moment. Natürlich könnte das im Ausland einige als organisierte Erpressung werden. Aber was scheren uns diese Spieße aus Brevoi? Vertreibt diesen Banditen aus unseren Landen. Und von nun an verfahren wir mit allen ähnlichen Bittstellern so. Landa macht ein langes Gesicht. Ach komm schon. Ihr könnt nicht auf jeden geschäftlichen Vorschlag so reagieren, in euer Gnaden. Aber natürlich werde ich tun, was ihr sagt. Ich will jetzt... Ich will keine... Banditen haben bei mir. Tristan senkt den Kopf. Seid gegrüßt, Baron. Verzeiht, dass ich euch von euren anderen Angelegenheiten ablenke. Aber eure Untertanen brauchen euch. Als die Raublande vom Hirschkönig befreit wurden, ging ein Seufzer der Erleichterung durch das Volk. Aber viele sind durch den raschen Wandel immer noch verwirrt. Ganz ehrlich, wir wissen einfach nicht, was sie von ihrem neuen Baron halten sollen. Oder was von euch zu erwarten ist. Werdet ihr ein gerechter Herrscher für alle sein? Oder nur für die mit Wohlstand und Rang? Lasst uns eure Untertanen beruhigen. Zeigt ihnen, wo eure wahre Gunst liegt. Eine kleine Feier würde sie bestimmt für euch gewinnen. Ihr könntet das gleiche Geld natürlich auch für ein feudales Festmahl zugunsten der Reichsten eurer Baronie ausgeben. Aber ich empfehle ein Fest für das gemeine Volk. Jenen, auf deren Schultern eure Macht in Wahrheit ruht. Trefft die Entscheidung selbst. Für mich spielt es keine Rolle, wem wir unsere Gunst gewähren. Dann werde ich die Vorbereitung für das Volksfest veranlassen. Mochte der jetzt auch nicht. Dabei wollte ich ihm die Entscheidung überlassen. Euer Gnagnich war kürzlich bei Olex Handelsposten und sah dort den alten Bocken untätig und zu Tode gelangweilt herumstehen. Das ist überaus bedauerlich. Der alte Grießkram ist schließlich ein äußerst sachkündiger Alchemist. Da die Einheimischen kaum mehr als einfachste Heiltränke benötigen, liegen seine Fähigkeiten derzeit allerdings brach. Und dann ist mir eine Idee gekommen. Warum stellt ihr ihn nicht als euren Hof-Alchemisten ein? Seine Gebräue und Trinkturen wären euch mit Sicherheit äußerst nützlich. Außerdem wäre es vermutlich billiger, als sie bei ihm oder irgendeinem anderen Händler zu kaufen. Ich würde den einstellen, aber der wollte ja bis jetzt nie. Ich frage mich, ob wirklich der Fluch für diese Flut an Spinnen verantwortlich war. Ich meine, dieser Fluch muss uralt und überaus unheilvoll sein. Die Spinnen waren natürlich furchteinflößend, allerdings weder alt noch unheilvoll. Ich stimme Lindsay zu, das ist tatsächlich merkwürdig. Es wirkt eher wie der Plan einer wahnsinnigen Dryade als ein echter Fluch. Wie lässt sich dann die düstere Aura über dem kahlen Hügel erklären? Die Beklemmung, die wir beide dort gespürt haben, Jod. Vielleicht hat der Fluch die bedauernswerte Dryade ja in den Wahnsinn getrieben und sie dazu veranlasst, die Baronie mit dieser Spinneninvasion heimzusuchen. Wie dem auch sei, ich habe beunruhigende Neuigkeiten. Nachdem die Spinneninvasion vorüber war, habe ich den kahlen Hügel erneut aufgesucht. Dort ist zwar wieder Ruhe eingekehrt, aber er ist noch immer so düster wie zuvor. Ich glaube, der Fluch ist nicht gebrochen, sondern ruht nur. Wie ein Monster, das sich ausruht, bevor es wieder frisst. Ich will dieses Problem ein für alle Mal aus der Welt schaffen. Was schlagt dir vor? Ja, ebnen wir den kleinen Hügel ein und machen diesen Fluch ein Ende. Ich bezweifle, dass er sich derart einfach besiegen lässt. Der kahlen Hügel ist zweifelsohne das Zentrum des Fluchs, aber die Spinnen sind in der gesamten Baronie aufgetaucht. Ich glaube nicht, dass wir dem Fluch irgendeinen Schaden zufügen können. Indem wir den Hügel zerstören. Ich vermute sogar das genaue Gegenteil. Wir würden nur einen weiteren Angriff auslösen und das so kurz nach dem letzten Nein. Das Beste, was wir im Moment tun können, ist, uns auf den nächsten Angriff vorzubereiten. Nicht so pessimistisch, Tristian. Wir können den Fluch mit Sicherheit besiegen, aber nur, indem wir ihn eingehen, studieren, euer Gnaden. Äh, studieren, euer Gnaden. Ich werde sämtlich verfügbaren Informationen zusammentragen und mich an die Arbeit machen. Wie viel Zeit bleibt uns noch? Oh, genügend, ich schätze ein halbes Jahr, wenn nicht noch mehr. Nun, da der kahlen Hügel wieder zur Ruhe gekommen ist, kann ich seine böse Aura kaum mehr spüren. Ich bin mir sicher, uns bleibt noch reichlich Zeit, um uns auf den nächsten Angriff vorzubereiten. Gut, bereiten wir uns darauf vor. Ich habe mich mit einheimisch unterhalten, es gab noch nie eine Spendenversion zuvor. Und auf dem kahlen Hügel ist auch nie was passiert. Ich muss mal eben kurz meinen Hund zur Ressort bitten, weil der meinen Schuh frisst. Also nicht mein Schuh, aber mein Hausschuh. So, was habt ihr denn jetzt noch hier auf dem Tisch liegen? Der Berater und der Baron werden sich 14 Tage lang einem Sonderprojekt widmen. So, mit denen haben wir uns alle getroffen. Plus eins Gemeinschaft, plus eins Loyalität. Der Besucher hat den Baron getroffen. Um die Treusicht, darum kümmern wir uns gerade. Damit werden wir die Gemeinschaft um eins erhöhen. Boah, ich sehe schon, wie einfach alles explodiert. So, Fehlschlag. Du hast keinen Berater zugewiesen. Der Tuchhändler ist weitergezogen. Mit dem Handwerker, der war ein Erfolg, dass der da bleibt. Was ist bei den Ereignissen los? Eine untrüstliche Mutter fleht um Hilfe. Tötet sie! So, das sind sechs Tage fertig. Der ist noch mit dem mysteriösen Unkraut dran. Und sonst? Das Verwalten eines Reiches ist schon erschreckend anstrengend. Ich glaube, man schwitzt. So, eine Bauernsfrau mit Tränen überströmt Gesicht kommt auf dich zugelaufen. Ach, euer Gnaden, weh mir. Ich durchlebe meine dunkelste Stunde. Ihr seid meine letzte Hoffnung. Bei allen Göttern, zu denen ihr je gebetet habt, bitte lasst mich in meiner Not nicht allein. Ich heiße Jenna Jenna Tennyson. Unser Dorf ist ganz in der Nähe. Vor zwei Tagen ist mein Junge fortgelaufen. Tick. Und ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen. Wir haben gesucht und gesucht, aber vergeblich. Wenn ihr ihn nicht findet, findet ihn niemand. Habt ihr eine Ahnung, wo er sein könnte? In der Nalmark lebt eine alte Hexe, eine Sumpfhexe. Ich werde ihren Namen nicht laut aussprechen. Fragt gar nicht erst. Der bloße Gedanke an sie lässt mir das Blut in den Adern gefrieren. Sie hat den bösen Blick und sie ist Menschen. Sie verwandelt sich sogar in einem schwarzen Raben und steigt auf in den Himmel. Es ist so klar wie der Tag, dass sie meinen Jungen beraubt hat. Äh, geraubt hat. Verschwinden hier denn häufiger, Leute? Yep, tun sie. Hier gibt es so viele tödliche Gefahren. Man kann sie kaum alle aufzählen. Wilde Tiere im Wald und Monster und Troblins und Banditen und was sonst noch alles. Sogar Erwachsene haben schwer hier zu überleben. Und ein kleines Kind? Oh. Dann versuche ich ihn halt zu finden. Da muss ich bestimmt auch noch selbst machen, ne? Und der berühmte Entdecker ist die ganze Zeit da in dem Flussfjord am Hocken. Und der berühmte Entdecker ist die ganze Zeit. So, wir haben ja ein bisschen Baupunkte wieder und können ja investieren. Und der berühmte Entdecker ist die ganze Zeit. Windmühle gewesen, ne? Ja, so eine Scheiße. Taverne, beeinflusst Handwerkerladen, Handwerksmiliterei, plus 1 auf Wirtschaft. Und so habe ich mein Haus nicht verlassen. Aber jetzt suchen wir mal den Jungen und wir können die Trolle suchen. Und auch eben kurz mit dem Händler sprechen. Wolf, wolf. Wolf, wolf. Wolf, wolf. Wolf, wolf. Wolf, wolf. Ich hab das Gefühl, dass ein Viertel meiner Zeit einfach nur beim ... Ähm, wie heißt das? Beim Laden verschwendet wird. Und dabei ist das alles schon auf SSD und schieß mich tot. So, zeig mir mal deine Waren. Weil ich hab Kram auch dir anzubieten. Rezept kopieren, nichts passiert. Egal was in den Beute gesteckt wird, sein Gewicht ändert sich nie. So kann die Gruppe zusätzlich 200 Pfund an Gewicht mit sich tragen, um dann negative Konsequenzen zu erleiden. Für 25.000. Kreude der sturen Wut. Schattenmantel. Ne, das kennen wir. Helm der Klarheit. Kettenhelm plus 2. Duellhandschuhe. Da kommt jetzt nichts mehr Besseres in dem Sinne. Dann raus hier. Trau mit die Leute zusammen. Zehn Probleme lösen. So. Da müssen wir den Alchemisten aus dem Norden noch holen. Das Kind wird eh schon tot sein. Was wir finden sollen. Bis ich das in dem riesigen Gebiet da finde, im, äh, Westen. Ist das wahrscheinlich schon viermal gegessen worden von der Hexe. Quellen von Ressourcen für Baronie. Dann gehen wir erstmal dahin und beanspruchen das für uns. Und jetzt haben wir schon wieder irgendwas, was im Königreich passiert. Kest möchte über die Lage der Nal-Nalmark sprechen. Kann nur durch den Thron sei gelöst werden. Wir sind gerade erst los. Habe ich doch einen meiner Leute damit beauftragt. Aber der wird wahrscheinlich... ...keinen Erfolg haben damit. Boah, können wir gerade nicht... ...angehen. Angehen. Gleich. Erstmal müssen wir kämpfen. Das nächste, was ich bauen werde, ist ein Helikopterlandeplatz. Und dann sollten wir Helikopter entwickeln. So, und jetzt pick den Dagen. So, und jetzt pick den Dagen. Sehr schön. Bevor Octavia zerstückelt wurde, haben wir die wirklich nur auseinandergenommen. Ne, Bader hat eine Rolle dabei, aber sonst haben die nichts Interessantes. Das ist übrigens meine... Meine... Also mein separates Dorf, was ich jetzt gebaut habe. Aber ich denke mal, es wird von der Örtlichkeit genauso sein wie alle anderen, oder? Hallo, euer Gnaden. Bürger. Tja, wunderschön. Schön, dass wir mal da waren. Und kämpfe hinter mir gegen den Schlaf. Drücke H, damit deine Charaktere in die Position halten. Ich werde bekloppt. Aber es ist doch einfach nur Halt. Ja, pass aber mal auf, der Typ will nicht Hofalchemist bei mir werden. Der Bocken. Bocken. Wie würde es euch gefallen, mein Hofalchemist zu werden? Hofalchemist? Ich? Das wäre mal was Neues. Also schön. Komme, was wolle. Ihr wart gut zu mir. Habt diese verdammten Spinnen getötet und einem alten Mann einige Bären gebracht. Ich werde für euch arbeiten. Nur noch eine Sache. Ich brauche ein neues Labor. Ich muss schließlich irgendwo meine Flaschen und Zutaten aufbewahren. Eine Werkstatt ja. Und was mich angeht, macht euch keine Sorgen. Ich werde meinen Teil beitragen. Sehr schön. Äh, jetzt wo wir gerade mal da sind. Ah, hier war die aufflammende Armbrust. Kannst du die aufflammende nehmen und du nimmst die leichte Armbrust plus eins. Moment. Warum ist die leichte Armbrust, die ich hier habe, eins bis acht von Liz und die leichte Armbrust plus eins ist 1d6 Stich. Plus eins Verbesserung. Irgendwie macht das gerade keinen Sinn. Und wer macht mit dem Feuerschein? Das ist bedeutend mehr. Das ist schon richtig. Ich bin da! 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 Ach, zwei Winzlinge. Vor allem schön, dass die Flammenarm, wo es aussieht. Ähm. Als wenn das Holz brennt. Kaum zu glauben, das war jetzt die achtzehnte Begegnung. Ich muss meine Wärme fangen. Hallo? Hallo, gibt's hier Feinde? Ja, Banditen da vorne. Ich nehme den Kurzbogen mit. Den Kompositbogen. Deswegen sind es 150 Münzen. Boah, ich bin König. Kann ich nicht einfach meiner Münzfrägerei sagen? Produziert Gold für mich. Vor allem, wo sie meine Steuereinnahmen. Gibt's nicht, ne? Steuern habe ich noch nicht erfunden. Die ganze Gruppe ausruhen lassen. Tja, und jetzt bei der Suche des Kindes oder der Trolle, was zuerst getroffen wird, werden wir uns dann morgen wieder sehen, wenn's weitergeht mit Pathfinder Kingmaker. Mal gucken, vielleicht kann ich der Begegnung nochmal ausweichen. Sehr schön, muss wenig immer sein. Und bis dahin sag ich erstmal Tschöle, Freunde, bis dahin. Und danke fürs Zuschauen. Ich bin gespannt, ja. Untertitelung des ZDF, 2020